Nordkorea hat zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen neuartigen strategischen Marschflugkörper getestet. Machthaber Kim Jong-un habe den Test überwacht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Es habe sich um einen neu entwickelten, U-Boot-gestützten Marschflugkörper gehandelt, mit dem das Land die atomare Aufrüstung seiner Marine beschleunige. Die Raketen seien von der Ostküste des Landes über das Meer geflogen und hätten ein nicht näher bezeichnetes Inselziel getroffen. Zuvor hatte das südkoreanische Militär den Abschuss mehrerer nordkoreanischer Marschflugkörper gemeldet, ohne Einzelheiten zu nennen.